Wir haben die besten Restaurant-Bewertungen aus dem Internet mal in ein ausgedachtes Restaurant gebracht und das werden wir hier gleich spielen. Es geht um folgendes, wir werden jetzt gleich Original-Restaurant-Bewertungen aus dem Internet, genauso wie sie dort geschrieben wurden, werden wir gleich zur Aufführung bringen. Ich spiele immer den Inhaber, den Kellner, den Restaurantbesitzer und ihr seid dann die Menschen, die tatsächlich nach einem Restaurantbesuch im Internet gesagt haben, jetzt muss ich meinem Ärger oder meinem Lob Luft machen, je nachdem was da kommt. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass das echte Rezensionen sind, vergeben mit Sternen. Und in der ersten Runde befinden wir uns in einem gutbürgerlichen Hotel. Bei 46 Bewertungen schaffte es das Lokal auf 1,3 von 5 möglichen Sternen. Klingt nach einem vielversprechenden Diener. Mal schauen, ob es diesen Gästen gemundet hat. Ihr habt hier den Text, den müsst ihr einfach nur aufführen. Ja, ich komm rein jetzt. Ja, guten Tag, die Dame, der Herr, wie hat es Ihnen heute geschmeckt? Ein Wort, furchtbar, eklig. Wer hier isst, bekommt Fertiggerichte aus der Tiefkühlung von Aldi. Wir haben die Teller voll zurückgegeben. Das Essen war so ekelhaft, dass wir brechen mussten. Andere Gäste im Restaurant haben sich ebenfalls beschwert. Die Teller wurden vom Kellner abgeräumt, ohne dass dieser nachgefragt hätte, ob es uns geschmeckt habe. Trotzdem tat ich es kund. Der Kellner wurde so dann unhöflich und rannte Richtung Ausgang, um weitere Touristen in diese abscheuliche Fresshöhle zu locken. In der Zwischenzeit hört man zwei Kellner in einem Nebenraum streiten. Wenig später kam einer weinend aus dem Raum. Grauenhaft. Lieber Kunde, entschuldigen Sie bitte, jedoch möchte man eins klarstellen. Der Kellner hat nicht geweint. MFG, der Kellner. Als wäre das das Schlimmste auch, ne? Als wäre das auch das Schlimmste, was er sich für eine Mühe macht, oder? Also ich habe einfach Respekt vor der Geduld dieser Menschen, dass die das dann wirklich auch noch aufschreiben. So, uns führt es jetzt in ein uriges italienisches Ristorante. Was kann man erwarten bei einem Pizzaladen, der im Durchschnitt 2,5 Sterne bei 730 Rezensionen hat? Ich glaube, einen herrlichen mediterranen Abend, nehme ich an. Also, los geht's. Ciao, ragazzi, wie hat's bei Ihnen bei uns gefallen, ne? Unfreundliches Personal, Pizza war kalt und für den Preis etwas Besseres erwartet. Normales Hefeweizen im Alkoholfreiglas serviert. Im Alkoholfreiglas. Ein No-Go. Bestimmt kein zweites Mal. Vielen Dank, gebe ich so weiter an die Küche. Dankeschön. Ja, und wie hat es Ihnen geschmeckt, Amici? Amici, was für eine... Entschuldigung, verarsche. Man bestellt ein wie in der Getränkekarte ausgeschriebenes Bitburger, bekommt ein anderes Bier. Ich habe das Bier am Geschmack erkannt. Dies war kein Bitburger. Ich habe ein Bitburger bestellt, das ist es aber nicht. Man wird auch nicht darauf aufmerksam gemacht oder hingewiesen, dass es kein Bitburger ist. Danke, nie wieder. Sehr geehrter Kunde, sehr geehrter Kunde, sind Sie sich denn sicher, dass es kein Bitburger war? Mit freundlichen Grüßen. Das ist auch so, dass der Typ das Geschmack hat. So, es geht direkt weiter. Ihr könnt den Hass so ein bisschen noch... Haltet den Hass, ja? Haltet ihn frisch. In dieser Runde befinden wir uns in einem Imbisslokal in Berlin. Auf der Speisekarte finden sich Burger, Pizza, Döner. 433 Bewertungen und satte 4,7 Sterne. Naja, da kann ja im Prinzip erstmal nichts schief gehen. Einen wunderschönen guten Abend, der Herr, die Dame. Wie hat es Ihnen heute bei uns gefallen? Schlechter Umgang mit dem Kunden. Einen Stern. Du Lügner, man merkt, wie fickt dumm du bist. Komm vorbei, sag auf mein Gesicht, wenn du nicht Lügner bist. Ich sag auf mein Gesicht. Fickt dumm, hab ich noch nie gesagt zu jemandem. Nicht mal im Auto, wenn man so ausrastet. Nicht mal dann, hab ich noch nie gesagt, fahr mit deinem fickt dummen Auto los oder so. Hast du das schon mal gesagt? Passt auch manchmal. Ja, jetzt kommt das halt häufiger. Kommt das Auto an. Jetzt ist das irgendwo so abgespeichert in bitte nicht sagen. Fickt dumm, dann kommt es raus. So, jetzt sind wir in einem Burgerladen, 63 Rezensionen, 2,6 Sterne. Naja, ich kann mir nichts anderes vorstellen als einen rundum gelungenen Abend. Los geht's. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben Ihnen unsere Burgerschätze denn geschmeckt. Sie wissen ja, alles hausgemacht, alles bio. Unterirdisch. Stinkt bis auf die Straße. Etwas auf dem Teller sah aus wie altes Zellstoff. Und dann fragen die noch, ob es geschmeckt hat. Nein. War denen aber auch egal. Ja, ist mir auch egal. Ambiente einer Schulkantine, einer heruntergekommenen Schulkantine. Ja, gut, ja, das sehr nett. Was haben Sie zu ergänzen noch? Selten so schlecht gegessen. Soße auf dem Burger stankpenetrant nach Pferdepisse. Gar nicht erst probiert. Schade. Aber beehren Sie uns bald wieder, okay, lieber Herr? Als Antwort beehren Sie uns bald wieder. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke Jürgen Vogel, Lisa Maria Potthoff. Schön, dass ihr heute hier wart. Es ist zu deinem Besten, so heißt der Film. Und das hier war unser neues Spiel. Ein bis fünf Sterne Restaurant. Danke für's Zuschauen. Gleich geht's hier weiter. Wir haben noch etwas. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.